Ein Präsident. Von Amerika. Es gibt nur einen Präsidenten. Von Amerika. Ja, es gibt nur einen Präsidenten. Ja, von Amerika. Es gibt nur einen Präsidenten. Wie heißt du in Russland? Nein, der heißt Präsident. Ja, aber in Russland heißt auch Präsident. Ja, aber in Deutschland gibt es nur einen Präsidenten im Arschloch. In Deutschland heißt es Bundeskanzlerin oder Kanzlerin. Nein, das heißt Präsident. Ja, aber wie heißt es in Russland? Blackjacket. Nee. Nein, Black Panther. Der heißt Dalli.